Herzlich willkommen zu Heimkino-Konzept, dem Podcast rund um die Themen Heimkino, Akustik von der Planung bis zur Umsetzung und alles, was die Entertainment-Welt derzeit bewegt. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Podcastes Heimkino-Konzept. Ich darf mich vorstellen, ich bin der Nils von FM Audio und wir haben in der letzten Folge mit dem Bert Kößler von Heimkino-Praxis gesprochen über Heimkino-Planung. Das war die Folge Nummer 5 und heute ist dann die Folge Nummer 6 dran und wir sprechen über die Entwicklung des Großkinos und auch die technologische Entwicklung im Heimkino. Genau, und mit mir dabei ist heute wieder der... Der Fabio von Calibration Solutions. Hi! Ja, wir reden, wie sich das Kino entwickelt hat, von den Anfängen des Bewegtbildes durch die Pioniere Thomas Edison, der den Kinetheografen erfand über die Brüder Lumière, die praktisch 1895 die ersten bezahlten Vorstellungen gaben. Das war dann so die Geburtsstunde des Kinos, würde man heute sagen. Ja, und bis heute hat sich halt die Technik extrem weiterentwickelt und da musste in der Gesellschaft halt schon extrem viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. In den nächsten Jahrzehnten entwickelte sich das Kino als ein Massenunterhaltungsprogramm oder Massenunterhaltungsform und breitete sich halt auf der ganzen Welt aus. Die Filme wurden zu einem wichtigen Teil der Popkultur und zogen ein breites Publikum an. Stummfilme waren zunächst die Norm und wurden dann irgendwann mit Livemusik begleitet, wie zum Beispiel von einem Pianisten oder im Orchester. Und 1920 wurde dann der Stummfilm zunehmend von Tonfilmen abgelöst, nachdem die Technologie für Synchronisation oder synchronisierten Ton entwickelt worden ist. Filme wie The Jazz Singer aus dem Jahr 1927 waren hier wegweisend für diese Entwicklung. Ja, allerdings war der Aufstand und die Ablehnung durch die Menschheit am Anfang größer, als man das vermuten ließ. Das ist so ein bisschen wie mit der Kutsche und dem Auto gewesen, vermute ich mal. Und Ton und Musik im Film galt als Teufelzeug und man war eben nicht offen für diese neue Technik. Ja, aber der Trend war einfach auch unumkehrbar. Und so gab es eben eine Entwicklung im Ton wie im Bild nach dem anderen. Ja, und in den Jahrzehnten darauf erlebte halt das Kino, aber auch das normale Fernsehen halt eine rasante Entwicklung. Also das Farbfernsehen kam hinzu. Also es gab nicht nur Schwarz-Weiß, wie man das sonst gewohnt war. Das Breitwandformat, Cinema Scope kam hinzu, so wie wir es ja heute kennen. Und erlebte halt, ermöglicht er halt damit halt ein immersives Filmerlebnis, weg von 4 zu 3. Und die Spezialeffekte, die sind natürlich auch immer besser geworden. Sicherlich über den letzten Punkt lässt es sich streiten. Ein Neu heißt nicht immer besser. Also der ein oder andere kennt vielleicht aktuelle Diskussionen, insbesondere rund um aus dem Hause Marvel, wo ja, sag ich mal, die letzten Filme durchaus negativ Schlagzeilen gemacht haben, weil halt die CGI-Effekte irgendwie deutlich schlechter aussahen als bei den Filmen in den Jahren davor. Aber wie gesagt, da lässt sich bekanntlich drüber streiten. Ja, in den 30er und 40er Jahren, was so als die Golden Era des Kinos gilt, sind in Hollywood eigentlich eine der bekanntesten Filme aller Zeiten entstanden. Also da wären ja zum Beispiel Filme wie Casablanca, Vom Winde Verweht oder Citizen Kane, die überwiegend wahrscheinlich noch unsere Eltern und Großeltern eher kennen würden als, sag ich mal, die jüngeren Zuschauer. Ja, und in den 50er Jahren geriet das Kino dann durch die Konkurrenz des Fernsehens quasi in so eine kleine Krise, was zur Folge hatte, dass die Zuschauerzahlen zunehmend sanken und demzufolge auch wirklich sehr viele Kinos schließen mussten. Ja, und dann in den 60er und 70er Jahren erlebte das Kino dann mit Aufkommen des neuen Kinos eine Renaissance. Also Filmemacher wie Jean-Luc Godard oder der Federico Fellini und Stanley Körbeck revolutionierten quasi die Filmsprache und schufen neue und innovative Werke, wie zum Beispiel 21, Odyssee im Weltall oder helf mir grad mal. Ja, Stanley Kubrick. Ja, wie hieß noch der andere Film, sag mal Orange. Ja, es gab einen deutschen und englischen Titel. Ja, ich komm grad weder auf den einen noch auf den anderen. Verdammt. Der Glockwerk Orange. Glockwerk Orange. Der Ur-Ur-Urwerk. Ja, Ur-Ur-Urwerk Orange. Ur-Urwerk, genau. Ur-Urwerk Orange. Danke, 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 danke. Ich bin nicht drauf gekommen. Das hätte mich jetzt sonst genervt. Oder halt natürlich auch, ja gut, Shining. Ja, die sich ja doch, sag ich mal, von ihrer Machart deutlich von anderen Filmen, insbesondere zu der Zeit, unterschieden haben. Ja, und mit der Zeit entwickelte sich dann quasi das Kino über den traditionellen Kinosaal hinaus. Also es entstanden neue Formen von Filmvorführungen, zum Beispiel Open-Air-Kinos, Filmfestivals, Drive-In-Kinos. Wobei zugegebenermaßen gerade so Drive-In-Kinos sicherlich nicht ganz so populär in Deutschland, aber deutlich populärer in den USA. Ja, und heute das Kino nach wie vor eine, ist das eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Ja, also die Digitalisierung hat zu einer erneuten Belebung des Kinos geführt und neue Technologien wie 3D oder auch Virtual Reality bieten dem Zuschauer immersivere Filmerlebnisse. Ja, klar. Ja, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist eben diese ganze Streaming-Nummer. Die Leute bleiben eher zu Hause. Es ist so eine Spirale auch. Das heißt, du gehst ins Kino oder es gehen immer wenige Leute ins Kino, dann gehst du ins Kino und die Preise sind halt extrem hoch. Und dann überlegst du dir halt, ob du da hingehst. Ja. Ob du es dir leisten kannst oder möchtest. Wenn du zu Hause vielleicht schon so tolle Technologien hast, dass du ein 4K-Projektor hast oder ein fettes Soundsystem, da ist es ja teilweise oft eine Enttäuschung, wenn du ins Kino gehst und der Sound ist schlechter oder das Bild ist schlechter. Das habe ich ja auch schon ganz oft erlebt. Oder man kennt es ja, oder es geht bestimmt vielen Leuten so. Und dann soll man das Geld zahlen. Dann gehst du noch weniger ins Kino und der Preis muss theoretisch noch höher angesetzt werden, dass sich das Ganze rentiert. Wenn ich mir überlege, das IMAX in Leonberg, das kam 7 Millionen zum Start. Das musst du erst mal reinspielen. Überleg mal, 7 Millionen. Ja, das stimmt. Wobei man halt sagen muss, dass auch, finde ich, oder insbesondere halt die Corona-Krise, wo es einen Lockdown gab und so weiter, natürlich das ganze Streaming-Geschäft enorm von profitiert hat. Ja, die Leute konnten selbst, wenn sie wollten, nicht ins Kino gehen. Wodurch das Ganze natürlich ja noch mehr gepusht wurde. Zu der Zeit sind wahrscheinlich auch deutlich mehr Heimkinos entstanden. Zumindest war das so mein Gefühl. Aber ja klar, du hast vollkommen recht. Die Ticketpreise. Wir reden jetzt nur von Ticketpreisen. Jetzt gehen wir mit Kind und Kegel ins Kino. Holt ihr noch Popcorn? Holt ihr noch Softgetränke dazu? Ja, da ist man gefühlt ein halbes Vermögen los. Aber klar, keine Frage. Ja, du musst auch überlegen, also gerade Netflix oder so mit ihren Produktionen sind ja mittlerweile auch schon bei den Oscars angetreten, haben da teilweise gewonnen. Ja, was ja schon verrückt ist, dass diese typische Hollywood-Branche gar nicht mehr so das Sagen hat, wie früher oder diese Macht hat. Das ist schon ein bisschen zurückgegangen. Deswegen ist es halt auch schwer zu sagen, wie sich das Kino in Zukunft entwickelt wird. Und ich denke halt mal, oder da bin ich nicht alleine, dass das Kinoerlebnis noch interaktiver und personalisierter wird. Also gerade hier irgendwie mit Virtual Reality könnte eine immer größere Rolle spielen. Jetzt hat ja Apple gerade erst seine neue Brille vorgestellt. Technologisch natürlich krass, so was da theoretisch geht, laut den Werbevideos. Aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, wie jetzt alle Leute mit so einer Brille, die dann bestimmt auch ein paar Gramm wiegt, mit Akku und so weiter, da rumsitzt. Also die Interaktion zu deinen Nebensitzen fehlt dir dann auch komplett. Ja, wobei auch das Erlebnis, was du ansprichst, auch natürlich für diejenigen von den Zuschauern, die ein eigenes Heimkino haben. Ich finde, es ist trotzdem irgendwie immer noch mal was anderes, wenn man jetzt, sage ich mal, mit der Family oder mit Freunden sich dazu entschließt, halt ins Kino zu gehen und einen Film im Kollektiv zu genießen. Ich finde, das ist irgendwie immer was ganz Besonderes. Weil zu Hause, klar, das hat ja extrem seine Vorzüge. Man kann jederzeit sich zurückziehen, man hört kein Popcorn rascheln oder irgendwelche nervigen Gelächter oder Zwischenrufe. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auf seine eigene Art und Weise ziemlich charmant, ins kommerzielle Kino zu gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Kino war. Doch, weiß ich. Ich war tatsächlich im IMAX zu Avatar 1. So als Wiederholung. Ich habe mittlerweile, ich habe noch nicht mal Avatar 2 geschaut. Schande über mein Haupt. Was? Okay, okay. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle den Podcast. Ich komme zu nix. Ja, nee, aber steht noch ganz weit oben auf der Liste, muss ich sagen. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis, aber es war leerer als gedacht, muss ich sagen. Aber selbst da, obwohl es Kino leerer war als gedacht, gab es natürlich ein paar Störenfriede. Wie soll es auch anders sein? Ja, klar. Die hat man halt immer. Aber ja, ich finde, wenn man jetzt noch mal so vielleicht kurz auf das Thema der heutigen Folge zurückkommt, Thema Technik und auch ganz gut, dass du den Avatar erwähnt hast. Erster 3D-Film. Wann war es? Lass mich kurz überlegen. 2009 müsste es gewesen sein. Ja, ganz genau. 2009, der erste Film, der in 3D im Kino gezeigt wurde. Und meiner Meinung nach auch der beste 3D-Film, der je im Kino gezeigt wurde. Ist natürlich Geschmackssache, aber der hat natürlich eine enorme Welle losgedreht. Und ich erinnere mich, wie dann, sage ich mal, in den Jahren darauf gefühlt, alles, wirklich alles in 3D lief im Kino. Wobei man quasi schon ab Mitte dieser Welle auch als Laie gemerkt hat, okay, man versucht hier irgendwie auf einen Zug aufzuspringen, um die Ticketpreise künstlich in die Höhe zu treiben. Es gab neben Avatar meiner Meinung nach kaum einen Film, der diesen Effekt, diesen immersiven, tiefen Effekt und 3D-Effekt so gut umgesetzt hat, wie der Film. Wobei, ich kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern, aber ich bin mir fast sicher, es war Final Destination 5, schon über meinen Haupt, damals im Kino gewesen und der ist mir lustigerweise auch noch extrem positiv in Erinnerung geblieben. Da gab es auch wirklich ein paar krasse Szenen in 3D, wo man quasi so ein bisschen zurückgeschreckt ist. Warte, warte, ich melde mich, ich melde mich. Das war Final Destination 4. und zwar als die Nesca-Szene gleich am Anfang kam, wo dieser Schraubenschlüssel entgegen kam, wo dieser Reifen. Ja, dann war das der vierte. Alle im Kino sind nach hinten gesprungen oder zur Seite. Genau die Szene und genau den Teil meint, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob es der vierte oder der fünfte Teil war und ja, aber klar, von so ein paar Randerscheinungen abgesehen, war halt wirklich Avatar das Master Ding und ist halt nichts mehr da rangekommen. und ich sag mal, nicht ganz umsonst ist ja, sag ich mal, das Thema 3D zumindest auch im nicht kommerziellen Bereich quasi ausgestorben. Also 2016 ging ja so ein Stück weit die Ära zumindest im TV-Bereich zu Ende. Ja, die letzten 3D-fähigen Geräte, die da quasi produziert wurden. Aber die Jahre darauf gab es ja, also nach 2009 gab es ja nochmal 2012 quasi den nächsten Step im Kino und das war ja der Versuch von der Hobbit mit der High Frame Rate von Peter Jackson mit 48 Bildern pro Sekunde statt der üblichen 24 und auch da war ich im Kino. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern und ich fand das mega strange. Also das war so eine Hassliebe. Ich bin natürlich als Kalibrierer ein absoluter Bildpurist. Also ich verwende keinerlei von Zwischenbildberechnungen und mag das 24p ruckeln. Also ich brauche das. Und das war für mich wirklich total seltsam. Das war so ein bisschen surreal, weil das sah alles so für mich ein bisschen aus wie eine schlechte Folge von GZSZ. Aber auf der anderen Seite fand ich das extrem krass, weil es natürlich schon ja jegliches übliche Kameraruckeln oder 24p ruckeln, was die Technologie einfach mit sich bringt, weil es ein Relikt aus der Steinzeit ist, quasi ausgemerzt hat. Hast du den auch im Kino gesehen? Nein, den habe ich nicht im Kino gesehen, in High Frame Rate. Also gesehen habe ich ihn natürlich, aber eben ganz normal. Ja, okay. Aber jetzt sind wir doch schon relativ weit gesprungen im Zeitalter. Wir haben euch ein paar Daten mitgebracht, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie wirklich die ersten Schritte waren und die technologische Entwicklung ist halt sehr eng mit der Fotografie und der Elektrizität verbunden und da waren so die wichtigsten Meilensteine 1826 und zwar war das der Franzose Joseph Nieps und der hat das erste Foto aufgenommen. Das Foto könnt ihr euch gerne mal im Internet anschauen. Da kann man sich jetzt streiten, ob fotografiert in die Stadt rein beziehungsweise in das Dorf und du erkennst da nichts, wenn dir keiner sagen würde, dass es das Dorf sein soll und du siehst praktisch, wie das ausgesehen hat, das kannst dir nicht vorstellen. Aber das war halt eben der Anfang 1826 und 1939, also dann 13 Jahre später, wieder ein Franzose und zwar der Louis Daguerre entwickelt den Daguerre Tupier wahrscheinlich nicht und das heißt vielleicht auch auf Deutsch anders, das ist auf jeden Fall ein Verfahren zur Herstellung von lichtempfindlichen Platten gewesen. Genau und dann 68, also deutlich später schon wieder, waren Engländer am Start und zwar der Edward Mybridge und der erfand das Zoo Praxikop, ein Gerät zur Projektion von bewegten Bildern. Ja, dann ging es weiter und das ist eigentlich ganz interessant, also hat dann auch wieder mit der Fotografie zu tun und dann später auch mit dem Film, da war der Amerikaner George Eastman, der erfand den Rollfilm und du kennst sicherlich die Firma, die daraus entstanden ist. Du darfst mal raten, wie sie heißen könnte. Kodak. Richtig. Genau, das war Kodak. Und jetzt geht es eigentlich erst los, jetzt waren ja die technischen Sachen so gegeben, dass man überhaupt einen Film produzieren konnte, zumindest als Bild oder als Video und 1895 habe ich ja schon angekündigt, waren es eben die Brüder Lumière, die eben diesen ersten Film präsentiert haben, einem geschlossenen Publikum und die Technologie dahinter nannte man Cinematograph. War praktisch der erste Projektor im Endeffekt. War der erste Apparat zur Projektion von Film auf Celluloid-Streifen. Ja, genau. Und es gab halt auch ganz viele Zwischenschritte. Also wir reden jetzt vom 19. Jahrhundert im Endeffekt. Eigentlich schon, es ist noch nicht so lange her, aber gefühlt ist es halt eine Ewigkeit her. Jahrhundert, ja über, mehr als das. Also es ist schon Wahnsinn. Da gab es halt auch ein paar Stilmittel, die sich daraus entwickelt haben, natürlich, wie man es heute kennt oder beziehungsweise als Gestaltungsmittel war es eben der Amerikaner Edwin Porter, der den Schnitt halt erfand, den Schnitt des Filmmaterials, dass man eben zusammenhängende Stücke wegschneidet und dann so hinfabriziert als Stilmittel, wie man es eben braucht, wie man es eben kennt. Heute wird es ja immer schneller, du hast Marvel angesprochen, da passiert ja im Millisekundentakt irgendwas, so gefühlt, man wird überladen, die Reizeüberflutung ist extrem. Ja, und bei den Filmen wie Citizen Kane ist es einfach so, dass es halt eher ruhig gehalten ist und der Film mit Story glänzt und bei den heutigen Filmen ist halt meine persönliche Meinung, wird halt viel mehr auf so diese technische Ebene gelegt, dass es halt extrem schnell knallt, extrem schnelle Schnitte drin, dass actionreich wirkt, aber es wird halt nicht mehr so stark Wert gelegt auf eine super tolle Story. Klar, es gibt noch Filme, die das haben, aber die Masse ist eher so leichte Kost, also so Blockbuster, Kino, wo man einfach so ein bisschen den Kopf ausschaltet und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir lieber ruhigere Filme wünschen, die eine gute, tiefe Story haben, als jetzt nur dieses typische Boom, Bang, hau mich dort auf die Fresse. Ja, da gebe ich dir recht, wobei ich ja zugeben muss, ich bin ja schon ein kleiner Marvel-Fan, also auch abseits der Filme, aber ja, ich weiß, was du meinst. Nee, nichts gegen Marvel, aber ich sage jetzt mal, es sind so viele tolle Filme rausgekommen von Marvel und ich schaue die auch total gerne und ich fieber da auch mit und das ist toll gemacht, aber ich bin übersättigt. Das ist mir jetzt zu much. Geht vielen so. Die Storys sind jetzt halt irgendwie aufgebraucht, das heißt, man hat irgendwie sein Pulver verschossen gefühlt, irgendwie mit Endgame hat es bei mir so aufgehört, wo ich sage, jetzt war ein guter Abschluss drin soweit und jetzt probiert man halt künstlich immer noch weiter das Universum da auszubreiten oder auszuweiten. Finde ich halt irgendwie, ja, die Fans brauchen das, verstehe ich auch vollkommen, aber es ist halt schwierig, dann noch irgendwie die Leute mitzureißen, noch mehr und immer wieder. Ja, das haben ja, sage ich mal, auch die Zuschauerzahlen der letzten Ableger gezeigt, dass da schon ein Stück weit von Übersättigung ja, die Rede ist, ne? Selbst als Fan, ich bin riesen Marvel-Fan, ich habe untertrieben, aber, ja, aber es ist vielleicht eine eigene Podcast-Folge wert. Wir können vielleicht nochmal ein Stück weit weitermachen mit den, mit den, mit der Zeitlinie. dann ging es weiter, also das müssen wir auf jeden Fall ablesen, es tut uns leid, aber es sind teilweise Namen bei, das kann man sich, das kann man sich, das stimmt. Also nur, dass die Zuschauer und Zuhörer das mal mitbekommen, also wir haben natürlich ein paar Fakten, dass wir keinen Quatsch erzählen, weil so viele Sachen kann man sich, denke ich mal, nicht merken. Ganz genau. Unsere Fachgebieten, ja, okay, aber so Zahlen und Namen, das müssen wir dann schon auf die Bandschule holen. Ja, richtig, es soll ja auch, sage ich mal, wir wollen ja hier keine Unwahrheiten erzählen, von daher. Ja, 1927 ging es ja dann weiter, dann kam der erste Tonfilm heraus mit dem Jazzsänger von Alan Crossland und Al Jolson. Es war quasi der erste Film, der in Spielfilmqualität verfügbar war und wurde seinerzeit von Warner Brothers produziert. Dann, acht Jahre später, 1935, kleiner Sprung in die Zukunft, das Unternehmen Technicolor hat dann quasi ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Farbfilmen eingeführt. Das war zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich schon die vierte Entwicklung von Technicolor, die aber die vorherigen Verfahren ja quasi auf ein neues Level gehievt hat. 1953, dann ist erst mal lange, lange nichts passiert tatsächlich. Also erst knapp 20 Jahre später ist dann das Cinema Scope-Format eingeführt worden. Aus dem 35-Millimeter-Streifen wurde dann anfanglich erst ein 2,55-1-Format projiziert und später dann zu den uns bekannten 2,35-1- beziehungsweise 2,4-1. Ja, weitere sieben Jahre später, 1960, kam dann die 70-Millimeter-Filmtechnik hinzu. Heutzutage wird 70-Millimeter nur noch sehr selten genutzt, aber ein Stichwort gäbe es da noch zu erwähnen. Du wirst das wahrscheinlich auch so gewusst haben als Audifiler. Ja, das ist das einzige Tonformat gewesen, was du halt dann digital noch bespielen konntest. Genau. So eine Besonderheit gewesen. Das war nämlich DTS. Genau. Ja. Wir machen nochmal einen kleinen Sprung. 15 Jahre nach vorne, 1975, Dolby Stereo wird eingeführt, aber anders als man sich denkt, ist bei Dolby Stereo nicht ein 2-Kanal-Lichtton, sondern der 4-Kanal-Lichtton vorhanden. Das bedeutet, dass zwar typischerweise zweispurig aufgenommen wurde, aber die Matrize 4-Kanal-Hergab und zwar links, Mitte, rechts und Raumklang. So fühlt sich das also an mit dem ganzen Audio-Fachwissen. Ja gut, ich meine, das ist auch ganz interessant. Du denkst ja bei Stereo erstmal an 2-Kanal-Gewiedergabe und dann hast du eben auf dem Master sozusagen hier 4 Spuren drauf, wenn du sie nutzen möchtest. Aber in Wirklichkeit ist es oft auch Mono aufgenommen worden und die zweite Spur wurde dann zu Rausch und Erdrückung genommen, um als kleine Hintergrund dazu. Nochmal kurz zu der CinemaScope-Geschichte. Ich habe da mal ein relativ aufwendiges Video für gemacht, das werde ich auch mal in die Shownotes reinpacken, weil ich ja selber eine CinemaScope Leimann-Tab und eben mit der Anamorpho-Technik da projiziere, was ja ein bisschen Oldschool ist zum Teil, aber mir gefällt es einfach, wie das umgesetzt wird. Heutzutage geht es natürlich, weißt du auch besser, hier digital mit dem Bildprozessor und so weiter, aber ja, das ist sozusagen die physikalische Umsetzung der Geschichte, wie man es heute halt digital machen könnte. Ja. Genau. Ja, wir sind auch quasi fast durch, also wir machen dann jetzt kommt eigentlich schon der letzte Major-Sprung nach vorne und zwar in mein Geburtsjahr 1990 dazu allmählich die Digitalisierung des Kinos begonnen, wobei die Umsetzung tatsächlich bis zum Jahr 2005 angedauert hat und ja, zu dieser Digitalisierung gehören natürlich die Weiterentwicklung von Kameras, die Projektionstechnik und natürlich auch allgemein die Produktion der Filme. Wie sicherlich jeder weiß, auch vielleicht diejenigen, die nicht ganz so technisch verxiert sind oder sich viel mit dem Thema beschäftigen, heutzutage sind ja in den kommerziellen Kinoseelen keine Filmrollen mehr, die gewechselt werden müssen, sondern das läuft ja alles tatsächlich digital ab. Und ja, die Entwicklung, die begann wie gesagt 1990. Dann hatten wir schon kurz erwähnt, ich habe das ja so ein bisschen vorweggenommen, ist aber eigentlich deine Schuld, weil du den Namen erwähnt hast, den Film, nämlich 2009 Avatar, der erste 3D-Film, der dann im Kino lief, haben wir ja kurz drüber gesprochen, drei Jahre später, 2012, auch bereits thematisiert, der erste Versuch, der High Frame Rate, nämlich die Bewegt-Bilder zu verdoppeln von 24 auf 48 Bildern pro Sekunde, Peter Jackson. Ja, dann, was war denn eigentlich der nächste Step? Das war 2016, genau, 2016, Virtual Reality wird im Kino eingeführt und Billy Lynn, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, Long Halftime Walk war ja der erste Film, der tatsächlich mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht wurde, obwohl nur sehr wenige Kinos in der Lage waren, den halt auch mit 120 Frames wiederzugeben, überwiegend waren. Die Halbkino-Version, die ist ja in 60p abgedreht oder 60fps. Genau, richtig, ja. Und wie du schon gesagt hast, die meisten Kinos konnten das ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, lass mich nicht lügen, in Deutschland waren es bloß ein oder zwei Kinos, wo es in 120p wiedergeben konnte, in 4K. Richtig, das gleiche war ja tatsächlich dann, das war auch meines Wissens zumindest, ich hoffe, wir haben gut und richtig recherchiert, Gemini Man 2019 war ja quasi ein weiterer Film, der 120 Frames quasi zur Verfügung stand, aber auch da waren es, wie gesagt, nur eine Handvoll Kinosäle, die den gezeigt haben. Ich zum Beispiel habe den in einem modernen Kino gesehen, die hatten auch Digitalprojektoren, Bombenbild, aber das waren dann halt 60 Frames, hatte aber meiner Meinung nach vollkommen ausgereicht, um ein Gefühl dafür zu kriegen und auch da hatte ich das gleiche Erlebnis, wenn nicht sogar noch natürlich aufgrund der noch höheren Bildrate, noch extremer als bei der Hobbit. Es war, es fühlte sich einfach nur strange an, ja, und nichtsdestotrotz, aus rein technologischer Sicht stellen die Filme halt natürlich schon Meilensteilen in der Verwendung von High Frame Rate an, weil das ist eine Technologie, die immer noch eher die Ausnahme als die Regel im Kino ist. Wie gesagt, es gibt ja jetzt neben Hobbit, Gemini Man und Billy Lynn meines Erachtens nach keinen Film im High Frame Rate Format und ja, die Wirkung auf das Publikum und der Industrie, die war halt schon durchaus gemischt, also es gab ja sehr viele Debatten ja, über den visuellen Komfort und die immersiven Vorteile gegenüber der traditionellen 24 Bilder pro Sekunde und ich reihe mich da durchaus ein, also ich fand das unfassbar spektakulär, gerade Gemini Man Actionfilm, da ging es ja richtig, richtig zur Sache. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei Gemini Man war es auch so eine Hassliebe, also ich war total beeindruckt von der Technik und mir ist durchaus auch die Kinnlade runtergefallen, aber ja, ich konnte es auch irgendwie nicht so richtig gut heißen und ich glaube, dass ja zumindest seit 2019 kein weiterer Versuch in die Richtung gemacht wurde, zeigt halt so ein Stück weit, dass glaube ich ein Großteil der Zuschauer noch gar nicht so bereit ist für High Frame Rate und man nach wie vor dann das altbekannte Pferd mit 24 Bildern pro Sekunde setzt, ja, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ja, du bist ja Bildporist, das würde ich jetzt bei mir nicht unbedingt sagen, aber ich bin auch jemand, der in 24p gerne schaut, aber wirklich ganz leicht Zwischenbildberechnung an. Was? Ich kann er nur. Was soll das? Ich bin schockiert. Also Gemini Man war schon ein toller Film, was das Bild betrifft, also ich kenne keinen Film, was jetzt irgendwie auf UHD rausgekommen ist, was dermaßen scharf ist, auch gut, ja, es sind viele so langsame Schwenks oder auch Standbilder fast schon erzeugt worden und du hast halt echt alles gesehen und super scharf und ultraflüssig. Ob das jetzt die Story gut war, das ist jetzt ein anderes Thema, aber eher nicht so, aber gut, Geschmackssache. Ja, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, das ist auch ein Riesensprung gewesen, war natürlich Dolby Surround mit 5.1. Oha, ja. Also ein Riesenschritt, das haben wir auch gar nicht aufgeschrieben, komischerweise. Stimmt. Nur ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was jetzt auch die Digitalisierung anbetrifft, wie groß denn so ein Film ist. Das wird ja heutzutage auf Festplatte geliefert und nicht mehr auf Film rolle, ja. Und ein Film in HD, der 120 Minuten läuft. Was denkst du denn, wie groß der sein könnte? Ich schätze so um die 100 Gigabyte. Ja, hast du gewusst? Hey, ich, nein, also ungelogen, also das war jetzt geraten, tatsächlich. Aber ich wusste durchaus, es muss ja hoch sein, die Bildrate ist ja entsprechend hoch dann im Kino. aber wie ist es denn dann bei einem 4K-Film? Also da reden wir dann von so ungefähr 200 bis 300 Gigabyte. Deswegen hast du auch nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze auf irgendeine Scheibe zu pressen, zumindest aktuell nicht. Daher kommen die ganzen Sachen halt auch per Festplatte eben vom Verleiher. Macht ja auch Sinn. Aber das wäre halt interessant, überleg mal, das Material, was im Kino läuft, hat 300 Gigabyte und das, was wir streamen, hat, weiß ich nicht, 7 bis 10 Gigabyte die Stunde. Ja, das stimmt. Ja, wobei, ja gut, jetzt steigen wir schon wieder ein bisschen sehr tief ein, wenn ich dann jetzt ein Kaleidescape oder so erwähne, da ist ja natürlich ein Film, je nach Länge, dann halt natürlich auch deutlich größer. Das bewegt sich ja dann auch schon in ähnlichen Sphären wie so ein 100 Gigabyte HD-Film auf Festplatte für das kommerzielle Kino. Aber ja, das ist natürlich durchaus recht, da hängt so ein bisschen der Vergleich. Wobei ich sagen muss, dass die Bild- und Tonqualität im Streaming durchaus zugenommen hat, je nach Anbieter. Meiner Meinung nach qualitativ unangefochten auf Platz 1 ist meines Erachtens nach Apple. Ja. Dann kommt Netflix und dann würde ich irgendwo Amazon einreihen. Ich weiß, ich habe jetzt gefühlt, Stand heute, 27. März 2024, wahrscheinlich 50 andere Streaming-Anbieter vergessen zu erwähnen, aber das sind ja so die bekanntesten. Also meine Erfahrung ist die, das wurde ich nämlich letzte Woche von jemand gefragt. Ich sage auch Apple TV, also der Streaming-Anbieter, nicht das Gerät. Ja. Dann Disney+, dann Netflix und Amazon finde ich schon fast gleichgestellt, aber ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, was du... Auf den Content. Nee, aber du hast recht, ich habe tatsächlich Disney+, unterschlagen. Da bin ich definitiv doch bei dir. Also ich hätte es auch so eingereiht. Also wenn wir uns jetzt ein Podium vorstellen, dann würde sich auf Platz 3 Amazon, Netflix und Amazon den Platz teilen. Ja, wobei man aber auch sagen muss, kommt ja auf das jeweilige Abo an. Wenn man die beste Streaming-Qualität haben will, muss man ja auch ein entsprechendes Abo haben, aber ja, das ist verglichen mit der Einführung der Streaming-Dienste, die ja natürlich jetzt schon einige Jahre zurückliegt, hat sich da schon einiges gemacht. Wobei immer wieder mal auch die Rede war, dass die Betraten ja reduziert werden sollten oder dass zum Beispiel in anderen Ländern höhere Betraten zur Verfügung stehen, aber in Zeiten von VPNs ist das ja auch für deutsche Zuschauer kein Problem mehr, weil es durchaus bekannt ist, dass die Betraten in den USA doch nochmal ein bisschen höher sind, aber am Ende des Tages, gerade wenn man auf einer großen Leinwand irgendeinen Anbieter streamt, dann glaube ich, kann ein nicht geschultes Auge den Unterschied zwischen 9 MB die Sekunde und 15 MB die Sekunde nicht wirklich wahrnehmen. Aber in UHD wird es ja schon sehen, also den Unterschied gibt es dann schon. Ja gut, klar, keine Frage, aber wenn du jetzt, sage ich mal, einen UHD-Stream hast, der mit 9 MB die Sekunde gestreamt wird oder mit 15, ich glaube, wir könnten jetzt beide unsere Frauen ins Kino setzen und sagen, und welches Bild sieht besser aus und die würden sagen, ja, beide sehen gut aus. Die würden sagen, unsere Männer sehen am besten aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Du weißt ja, Eigenlob stimmt. Ja, das ist so. Das ist so. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, genau. Ja, ganz klar. Ja, nochmal zu dem Dolby Surround drauf zu kommen. Wir haben das auch nicht aufgeschrieben. Ich habe es hoffentlich noch im Kopf. Ich dachte immer, das müsste 1993 gewesen sein. Echt? Mit der Einführung mit Jurassic Park müsste der erste gewesen sein. Okay. Oder verwechsel ich es gerade und es war DTS. Das wäre natürlich jetzt peinlich, aber das müsste man mal googeln. Also, ich bin mir fast sicher, dass es 1993 war. Krass. Also, ich bin gerade verwundert, dass das doch in Anführungsstrichen so früh war. Je nachdem, wie man es betrachtet. Und man, du hast aber vollkommen recht, das ist irgendwie dann völlig untergegangen. Weißt du denn auch, wann Atmos das Licht der Welt erblickt hat? Boah, es müsste 2014 gewesen sein und dann die ersten Filme 2016. Ach ja, das wiederum, total strange, aber da sieht man, dass das halt nicht mein Hauptmetier ist. Ich hätte gedacht, dass Atmos schon tatsächlich etwas länger gibt. Können wir auch mal schauen. Weiß ich gar nicht. Ja. Ah, okay. Also, der Soundmix von Jurassic Park war DTS. Ah, okay. Ja. Dann, okay, in Europa gab es auch als Dolby Digital. Okay, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich mal nichts und das wird dann nachgereicht. Ja. Ja. Alles gut. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Riesenschritt gewesen mit eben dann fünf Lautsprechern schon mal gegenüber, dann zwei traditionell oder ganz am Anfang war es ja wirklich Mono. Wenn du dir die alten Filme anguckst, die nicht restauriert worden sind in Mono, das kannst du ja nicht mehr ausmalen, das kommt nur aus dem Center Speaker oder du hast halt eine Anlage, das irgendwie das Ganze aus Mono versucht, Stereo zu machen, wobei das ja auch dann nur mit dem Phantom Center irgendwie abgeglichen wird oder funktioniert. Gut, wobei unser eins natürlich, was die Technik, ob es jetzt Bild oder Ton ist, natürlich extrem verwöhnt ist. Ja, unsere Eltern und Großeltern, die kennen das ja auch noch aus den Anfängen der Bild- und Tontechnologie und wir kennen es ja tatsächlich nur in Gut. Wobei, ich muss, was wir jetzt auch gar nicht so erwähnt haben, fällt mir gerade nur so ein, weil das auch noch in meine Kindheit so ein bisschen zurückgeht, das sind die VHS-Kassetten. VHS-Kassette habe ich auch noch erlebt. Schön. Ich finde das so lustig, weil mein Schwiegervater, ja, den setze ich ins Kino und dem ist das alles zu viel und zu laut und zu viel Immersion und zu viel Input. Und da frage ich ihn so, ja, sag mal, gefällt dir das nicht, einen Film zu gucken oder wie auch immer? Dann sagt er, du, ich war früher auf dem Kino. Da habe ich gefragt, ja, zu welcher Zeit, welche Filme liefen da und wie war das so technisch? Von der Technik habe ich keine Ahnung, aber damals Bud Spencer und Terrence Hill, das waren so meine Lieblingsfilme. Da ist er zu jedem Film irgendwie reingegangen. Ja, genau. Das ist halt krass, ja? Das heißt, eine Generation hat diese beiden geprägt und von der Technik her und Bild her vielleicht noch einigermaßen okay, aber soundtechnisch war da noch nicht viel los, also gerade bei den Anfängen. Ja, aber liegt auch da dran, weil natürlich zu der Zeit die Unterhaltung im Fokus lag. Also wirklich, da ging es ja darum, die Leute zu unterhalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal so einen Stummfilm von Charlie Chaplin oder so erwähnen, ja, der, nochmal, ein Stummfilm, der quasi nur mit seiner Mimik, seiner Gestik und seiner Körpersprache die Leute unterhalten hat, da steht natürlich, wie gesagt, die Geschichte und das Schauspiel im Vordergrund und heutzutage, ich meine, ich bin ja nicht besser, ich bin ja genauso, heutzutage geht man ins Kino oder ins eigene Heim, Kino schaut einen Film an und man genießt eigentlich gar nicht mehr so richtig den Film, sondern sagt, guck mal, die Effekte, die sind ja richtig scheiße aus, was haben sie sich denn da erlaubt oder, ah, der Ton ist nicht so gut. Dafür, dass das eine Atmos-Tonspur ist, kommt aber wenig von oben, sowas halt. natürlich wird heutzutage halt nicht nur der Film als solches bewertet, sondern halt natürlich auch die verwendete Technik, aber ja, es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil das Beispiel mit deinem Schwiegervater, ich kenne das auch von meinem Dad, also der ist da auch nicht für zu begeistern, also wenn wir jetzt sagen, komm, wir gehen mal ins Kino oder so oder ins Heimkino, sagt er, oh nee, nee, ist mir zu laut, ist mir zu bunt, ist mir zu schrill und ja. Ja, ab und zu habe ich so eine Phase, meistens vor Weihnachten, dass ich sage, jetzt muss ich die Klassiker anschauen, wie das Kino eben entstanden ist, also gerade Citizen Kane, was wir ja schon angesprochen haben, es ist halt interessant, meine Frau bekommt dann immer einen Rappel, weil die sagt dann, wie kannst du so einen alten Scheiß angucken, aber ich finde diesen Charme so toll und auch so Horrorfilme oder so, ich sage jetzt mal Dracula oder so, es ist nachträglich gesehen komplett billig, aber du kannst dich da trotzdem reinfinden, dass du sagst, ah, ich verstehe, warum sich die Leute damals erschrecken konnten, weil du bist so drinnen. Ja, absolut, aber trotzdem zu der Zeit oder allgemein, ja, für die Entwicklung des Films enorm wichtige Meilensteine, wir haben es ja halt auch erwähnt, mir fällt ja zum Beispiel noch ein Lorenz von Arabien, guck den mal auf UHD, der sieht heute tatsächlich auf UHD besser aus wie so manch neuer Schinken. Ja, aber der ist in 70 Millimeter gedreht und du kannst aus dem 70 Millimeter Film heute eine UHD rausbekommen, also nativ. Ja. Oder Wahnsinn? Ja, absolut, ja. Ja, es ist wirklich gewaltig und ich glaube, was man durchaus so festhalten kann, ist, dass von den Anfängen, die ja auf die Fotografie zurückgehen, bis zum heutigen Tag wirklich verdammt viel passiert ist. Das ist natürlich ein enormer Fortschritt, der da gemacht wurde. Ich meine, wenn man ja jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft wagt, wie gesagt, wir haben von Virtual Reality gesprochen. Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wie es so um den Versuch von James Cameron aussieht mit einer spezialen 3D-Leinwand ohne 3D-Brille. Das sollte ja eigentlich... Das gab's... Genau, es gab Gerüchte, da habe ich mich auch gefragt, wie sollte denn das funktionieren? Aber das sind dann zwei Leinwände hintereinander, die dann das Loch raster versetzt haben. Mhm. Dass du da mit zwei Projektoren drauf gehst. Das sollte ja, glaube ich, sogar auch mit Avatar 2 eingeführt werden, so ein bisschen. Und es gab schon Kinos, sorry, dass ich dir jetzt so ein Zwort reinfällt, aber es gab schon Kinos, die das versucht haben. Das ist interessant. Es ist eigentlich gar keine neue Erfindung von James Cameron, aber er wollte das umsetzen und massentauglich machen. Das war so eigentlich die Idee dahinter. Ja, ich finde das aber ganz cool. Es ist ja wirklich, was so Bildtechnik angeht, durchaus als Pionier zu betrachten und so ein bisschen außerhalb der Box denkt. Das finde ich immer ganz spannend. Deswegen guck unbedingt Avatar 2. Hol das mal nach. Das ist empfehlenswert. Aber nein, ist auf jeden Fall durchaus spannend, wie sich die ganze Technik entwickelt hat im Bild und Ton. Auf der anderen Seite ist es genauso interessant zu sehen, dass es teilweise noch, wie zum Beispiel die 24 Bilder pro Sekunde, so gesehen ja ein Relikt aus der Steinzeit ist. Was ja auf die Anfänge des Bewegtbildes zurückgeht und sich bis heute quasi gehalten hat. Oder auch das Bildformat, was in den 50er Jahren das Cinema-Scope-Bildformat, was entwickelt wurde, bis heute Bestand hat. Ja, das ist auch witzig, weil diese Entwicklung, da gab es damals Studien, ab wann das menschliche Auge praktisch eine Bewegung flüssig sieht. und das war sogar schon unter 24 Bilder. Und damals war das Problem, warum man nicht mehr Bilder genommen hat, das Füllmaterial ging nicht mehr dann auf die Rolle drauf. Das heißt, entweder wäre die Rolle zu groß geworden oder du hättest dann praktisch einen Cut machen müssen und dann, also es war halt auch teuer, du hättest viel mehr Filmrollen gebraucht und dann das zusammenschneiden und es wäre dann nicht auf die Projektoren draufgegangen und so weiter. Das hat ja so einen Rattenschwanz. Das wäre heutzutage natürlich schon möglich, dass man sagt, ja okay, dann nimmt man halt keine 320 Gigabyte Festplatte, sondern mal eine Terabyte Festplatte. Das gab es damals nicht, das konnte man nicht umsetzen, so wie man es gedacht hatte. Richtig. Genau. Ja. Ja. Und wir haben halt so ein paar Stichpunkte, was heutzutage Standard ist. Also du hast es angesprochen, 24 Bilder die Sekunde ist nicht nur im Heimkino Standard, sondern auch natürlich im Großkino und die Auflösung kann halt bis zu 4K betragen. Wobei das auch schon wieder hinfällig ist, weil im Heimkino könnte theoretisch mit Shifting 8K übertragen werden, aber ja, Standard 4K hat sich wirklich durchgesetzt. Also auch in kleineren Kinos ist 4K Standard seit einiger Zeit und in diesen Kinosälen können halt bis zu 120 Dezibel erreicht werden. Technisch gesehen natürlich noch mehr, aber es gibt natürlich auch Vorschriften, wobei hier der Referenzpegel noch zu nennen ist. Referenzpegel wird im Großkino eingemessen ungefähr auf zwei Drittel Tiefe. Das heißt, es ist, also lustigerweise ist es so, dass die Loge in der Regel den schlechteren Sound hat als das Parkett. Das heißt, wenn du aus Parkett gehst, im hinteren Teil des Parketts ist der Sound eigentlich eingestellt. Und da ist auch das Verhältnis zum Bild, von der Bildgröße her, auch besser. Das heißt, hinten sitzen ist eigentlich ungünstig. Auch wenn du, sage ich mal, den erhabenen Eindruck hast, weil du ja überall drüber gucken kannst, ja, aber technisch gesehen zwei Drittel der Raumtiefe. Genau. Und da misst man eben mit 85 Dezibel ein und im Heimkino ist man da auf 75 dB gegangen, weil sonst vielleicht auch Schäden an den Lautsprechern auftreten könnten. Und von dem Punkt aus gesehen, hast du halt noch einen gewissen Headroom. Man sagt, am Referenzplatz sollten das dann nachher 105 dB sein und im Bassbereich bis zu 115. Genau. Das wären so die Standards. Noch mal ein paar Key Facts gehört, sehr schön. Genau. Ja, hast du denn noch was Abschließendes zu sagen? Tatsächlich außer, dass ich gespannt darauf bin, was die Zukunft im Bereich der Technik noch bereithält. Tatsächlich nicht. Also, ich glaube, uns erwarten auf jeden Fall noch ein paar Überraschungen im Bild- und Tonbereich, die wir natürlich spannend verfolgen. Insbesondere jetzt vielleicht nicht unbedingt im kommerziellen Kino. Ich glaube, da wird jetzt, sage ich mal, in den nächsten Jahren sicherlich nicht mit irgendwelchen Evolutionen zu rechnen sein und Major sprüngen. Glaube ich zumindest nicht. Aber im Heimkino-Bereich, also wirklich auch in den eigenen vier Wänden, glaube ich, da wird in den nächsten Jahren durchaus was passieren. wie gesagt, Mikro-LED oder LED-Walls. Sowas in diese Richtung sollte man auf jeden Fall verfolgen. Aber ansonsten wäre ich quasi von meiner Seite aus durch. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern ebenfalls. Da wollte ich noch was dazu sagen, weil du gerade anfängst mit Mini-LED. Ah, ja. Letztens haben wir das mit Dominik nämlich auch besprochen, was so passieren könnte in der Fernsehfolge oder Fernsehgegenprojektor. Und er meinte, okay, die Pendelgrößen sind so auf 110, 120 Zoll limitiert, also reine Pendels. Ja. Und dass die Mikro-LED-Geschichte zum Zusammenstitchen nie kommen wird. Also, das denkt er wahrscheinlich. Also, das hat er gesagt, zumindest. Gut. Weil es gibt gewisse Sachen, die haben halt Nachteile. Zum Beispiel, du musst die Farbtreue natürlich pro Panel haben, dass man keine Unterschiede sieht. Und es gibt eine extreme Stromzufuhr aktuell noch, beziehungsweise auch eine relativ hohe Abwärme. Und wenn diese Abwärme eben im Heimkinoraum stattfindet, dann musst du natürlich auch aktiv kühlen oder lüften. Gut. Und natürlich, was man an der Stelle auch noch erwähnen kann und sollte, ist, dass es natürlich für den Orthonormalverbraucher heute noch quasi nicht bezahlbar ist. Insbesondere halt in den Panelgrößen, von denen du gerade gesprochen hast. Genau. Ja. Ja gut. Dann sind wir soweit durch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Da tue ich euch nochmal so ein paar Stichpunkte aufschreiben, wie die Entwicklung war. Auch wieder typischerweise unsere Links und wo ihr uns findet. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, bei den ganzen Podcast-Anbietern wie zum Beispiel Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music oder hier auf YouTube, falls ihr das hier guckt, unter FM Audio als Videopodcast. Und es wäre halt schön, wenn ihr uns halt Feedback gebt, da freuen wir uns auch oder auch Kritik oder falls wir irgendwas Falsches gesagt haben, dann können wir das vielleicht nochmal in den Shownotes korrigieren. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schicken an podcast at heimkinokonzept.de oder eben die Kommentarspalte unter dem Video nutzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die nächste Folge mit euch. Bis zum nächsten Mal. Danke Fabio, dass du wieder dabei warst. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir und bei den Zuschauern, Zuhörern und sage auch bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao. Das war Heimkinokonzept, dem Podcast rund um die Themen Heimkino, Akustik von der Planung bis zur Umsetzung und alles, was die Entertainment-Welt derzeit bewegt. Für weitere Infos schaut euch auf unserer Homepage www.heimkinokonzept.de um. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.